Teilnehmer, Auslosung, Termine, sie geht es in der Champions League weiter. Die Mannschaften, die ins Viertelfinale der diesjährigen Champions League einziehen, stehen fest. Aber was passiert als nächstes? Vor allem für die beiden verbleibenden deutschen Teilnehmer, den FC Bayern und Borussia Dortmund. Wer läuft noch? Und wann findet die Lotterie statt? Sportsbase beantwortet die wichtigsten Fragen. Borussia Dortmund und Atletico Madrid haben am Mittwoch die letzten beiden Tickets für das Champions League Viertelfinale dieser Saisons gekauft. Durch den 2-0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven, Hinspiel, 1-1, rückte der BVB neben dem FC Bayern München als zweiter deutscher Vertreter in die Runde der besten acht Mannschaften Europas auf. Atletico besiegte Inter, den letztjährigen Finalisten, im Elfmeterschießen im eigenen Stadion mit 3-2. Bereits am Dienstag besiegte der FC Barcelona den SSC Neapel mit 3-1. Zog ins Viertelfinale ein und hat in dieser Saisons beste Chancen auf den Titel. Auch der FC Arsenal gewann im Elfmeterschießen gegen den FC Porto und sicherte sich damit das Ticket für die nächste Runde. RB Leipzig hingegen bleibt nach dem 1-1 gegen Real Madrid in der vergangenen Woche kaum mehr als eine Zuschauerrolle. Auf der anderen Seite ging der FC Bayern in Führung und entschied sich für den Einzug in die Runde der letzten acht. Ebenso wird BSG wohl ein letztes Mal mit Superstar Kylian Mappé spielen. Und Titelverteidiger und Top-Favorit Manchester City sind weiterhin mit von der Partie. Ein Überblick über die kommenden Wochen und Monate für die Premierklasse. Wann und wie geht es mit dem Viertelfinale weiter? Das Viertelfinale-Hinspiel wird am 9. Das zweite Spiel ist für den 16. April ausgetragen. Und 10. April geplant. Und 17. Bevor bekannt gegeben wird, wer wann gegen wen spielen wird, steht zunächst die Auslosung auf dem Programm. März, 12 Uhr, im UEFA-Hauptquartier in New York. Nächsten Freitag, 15. Anschließend werden nicht nur die Viertelfinale-Bahrungen ausgelost, sondern auch die Heimauswärts-Bahrungen für die Halbfinals, 30. Mai, und das Finale am 1. Mai und 7.8. April, 1. Wembley-Stadion, London, Juni. April, der FC Bayern, der scheidende Trainer Thomas Tuchel, und Borussia Dortmund. Angeführt von Edin Terzic, werden den Weg zum lang erwarteten Premiertitel erlernen. Aber werden sie im Viertelfinale der Champions League gegen Deutschland antreten können? Ja. Für die Auslosungen der Viertelfinals und Halbfinals der Champions League gibt es keine Beschränkungen mehr. Bayern gegen Dortmund ist ein mögliches Duell. Es ist auch möglich, gegen Gegner aus der Gruppenphase zu spielen. Aus dem Titelgewinn 2020 schieden die Bayern in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils im Viertelfinale aus. 2021 ging es gegen Paris, dann gegen den Außenseiter Villarreal und letztes Jahr gegen den späteren Siegermann City. Zuletzt erreichte der BVB in der Saison 2020 und 2021 das Viertelfinale. Das letzte Halbfinale liegt über zehn Jahre zurück, Saison 2012 und 2013. Wie viele Champions League-Startplätze wird Deutschland 2024-2025 haben? Sind diese noch offen? Die Premier-Class wird von 32 Teams auf 36 Teams erweitert. Zwei der vier zusätzlichen Startplätze werden an die beiden stärksten Länder am Europapokal dieser Saisons vergeben. Italien liegt derzeit vor Deutschland, gefolgt von England, Frankreich und Spanien. Der Fortschritt der Dortmunder war wichtig für die Bundesliga. Relevant ist auch die Leistung des SC Freiburg im Europa-League-Spiel gegen den Premier-League-Vertreter West Ham United, 1 zu 0 im Hinspiel. Sollte Freiburg den Europa-League-Titel gewinnen, könnte Deutschland sogar den sechsten Platz in der Königsklasse belegen. Was bedeutet dieses Ergebnis für die neue Klub-Weltmeisterschaft? An dem Turnier, das vom 15. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird, nehmen der FC Bayern und Borussia Dortmund teil. Juni bis 13. Dies zeigte sich beim 1 zu 1 Unentschieden von RB Leipzig gegen Real Madrid. Die UEFA hat zwölf Plätze frei, zwei davon sind noch offen. Eine davon wird an den diesjährigen Königsklassensieger verliehen. Es können maximal zwei Vereine pro Land teilnehmen.